Sonntag, 25. August, 13.30 Uhr, Heidenheim gegen Sandhausen, 0 zu 2. Kevin Müller, Manron Busch, Oliver Hösink, Timo Berchemann, Marc Schindert, Sebastian Ginsberg, Nachmen, Teuerkauf, Niklas Dorsch, Stefan Schimmer, Dennis Deutomala, Robert Leipzitz. Martin Hachihatzl, Alcanzanertshof, Dennis Gickmeyer, Lacht Patada, Krit Nauber, Dennis Leistmeyer, Eric Zaka, Emmanuel Teufelsbauer, Belieb Prüster, Marco Engels, Kevin Rochens. 15.55 Uhr. 15.55 Uhr.